Bei Österreichs größter Jugendsozialaktion, 72 Stunden ohne Kompromiss, einem Projekt der katholischen Kirche in Zusammenarbeit mit Young Caritas und Hitradio Ü3, waren Jugendliche vielerorts im Innenviertel im Einsatz. In Braunau renovierten Schüler der Fachschule Mauerkirchen das Caritas-Notquartier für obdachlose Menschen. Die Schüler des Borg Scherdings engagierten sich sowohl im Heimatbezirk als auch darüber hinaus bei verschiedenen Projekten in ganz Oberösterreich. Für den Verein Lebensraum Natur in Mierenbach setzte sich eine Klasse aus dem Borg Scherding ein. Begleitet von ihrem Lehrer Johannes Hörmann und unter der fachkundigen Anleitung von Vereinsobmann Dr. Josef Vogelsperger säuberten sie einen Abschnitt des Grotenbaches und pflanzten eine Biodiversitätshecke.